Halbwurt macht Halbwurt. Jeder Wurf kann den Biss bringen und deswegen haben wir in die Brandung geworfen und geworfen und geworfen. Das kann er dann halt gut anteilen. Kommt der Fisch hoch. Halbwurtbremse. Mir kam Herzklopfen. Ich habe so viele große Wälze in meinem Leben schon gefangen, aber das hat wirklich alles gesprengt. Halbwurt, wenn der Fisch nachkommt, war er weg. Und dann habt ihr ja gesehen, wie die Post abging. Total geil, totaler Wahnsinn. Guckt euch dieses B an. Halbwurt. Da glüht die Fin, da glüht die Fin. Und wie ihr seht, braucht man auch kein Big Game Zeug hier. Ich habe nur 100 Gramm. Halbwurt. Und da macht es richtig Laune. Und da kommt die Platte. Meine erste Platte. Da ist das Teil. Total geil. Halbwurt. Wahnsinns Maul. Zähne da drin. Total geil. Halbwurt. Aber wir hatten bis jetzt jeden Tag Fisch im Boot. So ein Halbwurt-Profi würde ich jetzt sagen. Pfup. Aber für mich ist das total genial. Der König der Meere ist da. Pfup. Pfup. Halbwurt. Wieder hat der Welz-Profi einen Salzwasser-Räuber am Haken. Pfup. Halbwurt. Total geil. Guter Borscht. Auch geil. Pfup. Halbwurt.